So, liebe Crusader Kings 2 Freunde, willkommen zurück. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was wir jetzt so die nächsten Folgen machen können. Ich mache erstmal hier wieder Play-Wie gehabt. Es ist derzeit relativ ruhig. Wir müssen jetzt auf zwei Sachen warten. Wir müssen warten, wie sich das mit unserer Ehe weiterentwickelt, weiterverhält mit der Prinzessin. Ob es da jetzt Nachwuchs gibt oder nicht. Und wir warten, bis unser Lebensjahr hier den Geist aufgibt. Und dann entsprechend das Reich sich weiter eventuell aufteilt. Das sind so die zwei Punkte. Und solange wir jetzt beides noch nicht so ganz voranschreiten, dachte ich mir, wir schauen uns mal so ähnlich den ersten Folgen ein bisschen um. Wie wir so vielleicht die nächsten 10, 20 Spieljahre weiter agieren können. Das heißt, wir schauen mal, welcher Graf oder welcher Herzog hat denn was für eine Tochter. Oh, was haben wir denn hier? Oh, sehr schön. Sehr schön. Ausgezeichnet. Das ist schon mal sehr gut. Also die Folge beginnt richtig erfolgreich. Weimar ist katholisch geworden. Das heißt, wir haben hier den Glauben, die Heiden mehr oder weniger zurückgeschlagen oder wie man es auch immer nennen möchte. Das ist auf alle Fälle alles jetzt katholisch. Das sind sehr gute Nachrichten. Und wir können jetzt hier unseren... Ich rede gleich weiter. Wir müssen erstmal unseren Hofpredikern eine neue Aufgabe geben. Kulturtechnologie erforschen. Warum nicht? Religiöse Beziehungen verbessern. Hm. Lasst uns mal reinschauen. Wie ist denn hier... Wo konnte man das nochmal sehen? Ne, hier war es nicht. Ich suche gerade was. Geht gleich weiter. Hier, das ist von Merseburg. Oh, das steht leider nicht da. Wer wie wen mag. Das war... Das war gestanden... Eigentlich bei Vasallen. Ja klar, hier steht es ja. Okay, er mag den Papst mehr wie uns. Deswegen zahlt er logischerweise keine Steuern. So, er zahlt keine Steuern, da das bei uns im Gesetz so drin ist. Glaube ich zumindest. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie davon überzeugen, dass der Papst nicht so gut ist. Hm, pass mal auf. Das ist ja eh er selbst. Soll er mal bei sich selbst hier sich einreden, dass wir besser sind wie der Papst. Vielleicht bringt es ja irgendwas. Dann ist das soweit in Ordnung. Alle anderen haben noch zu tun. Okay. Ja, auf jeden Fall, was wollte ich eben sagen. Wir schauen uns mal so ein bisschen um, was wir so die nächsten 15, 15, 20 Spieljahre machen können. Das heißt, welches Herzogtum hat was für eine Tochter oder was für einen Sohn. Hier bringt es natürlich nicht viel, logischerweise. So, beim König haben wir schon geschaut. Hier zum Beispiel haben wir ja immer noch das kleine Herzogtum. Das wird ja auch reizvoll sein, da reinzuheiraten. Familie. Okay, die sind schon relativ alt und sind auch verheiratet. Okay. Wir haben denselben Lehnzehr. Das ist, ja gut, muss nichts Schlechtes sein. Ist auch mit dem verheiratet. Hat einen vierjährigen Buben. Eine Tochter haben wir leider nicht. Wird uns noch nicht helfen. Hat auch eine Menge Geschwister. Allerdings sind sie alle auch recht alt. Die Kinder sind auch schon alt. What? Durch meine zynischen Kommentare können Menschen die Welt durch meine Augen sehen. Ich habe weitere Zyniker erschaffen. Ja. Zynismus ist nicht immer verkehrt. Ist nicht immer angebracht, aber auch nicht immer verkehrt. Okay. Also hier haben wir derzeit keine guten Möglichkeiten einzuheiraten. Es läuft aber da oben auch gerade nicht so gut. Die haben gerade Krieg. Münster. Münster ist unabhängig. Allerdings auch germanisch. Also da hätten wir sowieso keine Möglichkeit. So. Deutschland hat man schon abgeklabbert. Sind die alle hier? Ne, das ist jetzt der König von Mittelfranken. Okay, dann ist hier der König von Mittelfranken. Der hat seine Ländereien hier. Hm. Lass uns mal bei Deutschland bleiben am besten. Hier zum Beispiel hat man eine fünfjährige Tochter. Die Geschwister sind da nicht so interessant. Das wäre, hätten wir jetzt zum Beispiel einen Sohn, wäre das recht interessant. Württemberg, ja, das... Okay, jetzt drei. Zum Beispiel ist schon fünfzehn. Also Töchter gibt es hier in Deutschland. Einige. Geschwister. Eine fünfjährige Schwester hat er. Das ist zwölf. Okay, hier geht es dann schon so eigentlich Richtung die heutige Schweiz. Hm, sieben. Okay. Boah, du der Verführer. Schaut euch mal die ganzen Geschwister an. Ach, oh wei, oh wei, oh wei. Nicht schlecht. So, Tirol. Hier ist so ein alter Kerl. Der hat allerdings auch eine Menge Geschwister. Und eine Menge Kinder. Geschwister ist uninteressant für uns, die Kinder. Okay, das ist schön. Da gucken wir auch gleich mal. Hm. 23, 8, 9, 2, 1, 30. Okay, ähm, Hedwitz. Ach, ja, guckt euch das an. Das Schicksal ist mir wohlgesonnen. Meine Gartin Chelsea ist schwanger. Ich sage einfach mal Chelsea. Ähm, ich weiß nicht. Ich sage einfach Chelsea, weil, keine Ahnung. Sie ist schwanger. Und vor allen Dingen, hier steht nicht, der kann doch etwas nicht stimmen. Das ist schon mal sehr gut. Also, Nachwuchs ist unterwegs. Unsere Dynastie wäre vorerst mal gesichert. Beziehungsweise sollte dann ein männlicher Thronvölker schon hoffentlich werden. So, hier hat man schon geschaut. Ulm hat man gerade eben auch geschaut. Das ist relativ schon alt. Okay, hier sitzen immer noch die Heiden. Pommerisch und Slavisch. Jawohl. Können wir nicht so viel machen. Gut. Da wird es keine Ehe geben. Okay, dann sind wir zumindest mal. Ähm, hier gab es. Okay, so ein Wunder. In unserem Kanzler geboren. Okay, die haben wir ja, ähm. Mehr oder weniger Zwangsverheiratet. In einer der letzten Folgen haben wir einfach eine Ehe mit Höflingen arrangiert. Ist okay. Da können wir auch die Namen festlegen. Wobei das für uns nicht so relevant ist. Also, so, okay. Also, wie gesagt, in Deutschland hätten wir hier schon ein paar Kandidaten. Sollten wir einen Sohn bekommen, hier uns zumindest mal eine Grafentochter zu angeln, was eventuell ein Bündnis nach sich führt. Beim König bin ich mir gerade unsicher. Denn die sind alle schon relativ alt. Zumindest sie hier. Ist zwölf. Bringt uns also derzeit gar nichts. Die Geschwister sind für uns uninteressant. Sind eh schon drei tot. Die anderen sind männliche Nachfolgen. Das heißt, da haben wir nicht so die Möglichkeit, uns einzuheiraten. Graf wäre uns eigentlich vom Stand her schon zu niedrig. Gebe ich euch recht. Sollt ihr das jetzt schon argumentiert haben? Oh, meine junge Frau hat eine Vorliebe für romantische Gedichte. Sie liest jede Art romantischer Gedichte, die es in die Finger bekommen kann. Ja, gibt ihr mehr zu lesen? Wir verlieren Gold. Allerdings 10% Fruchtbarkeit. Das sind ihre Interessen. Nicht meine erlangen. 5 Pietät verliert 10% Fruchtbarkeit. Das war natürlich nicht. Und sie wird keucheln. Nö, nö. Gebt ihr mehr zu lesen? Das steigert die Fruchtbarkeit. Und ja. Ist nicht so verkehrt. Diese 10 Gold sind dann gut investiert. Ja, wo war ich denn geblieben? Genau. Solltet ihr jetzt argumentiert haben oder euch gedacht haben, warum sucht ihr jetzt hier sich eine Grafentochter aus, eventuell für seinen Sohn, der da geboren werden könnte? Das Thema ist, ich möchte von Frankreich weggehen. Das war meine Überlegung. Und brauche einen Verbündeten. Wenn ich hier mit dem König anschaue, sieht es derzeit essig aus. Mit den Herzogtümern genauso. Wir hatten hier einen Herzog. Allerdings ist das auch schon so weit ad acta gelegt. Da müssten wir warten, bis er dann stirbt. Aber auch darauf können wir uns nicht verlassen. Ansonsten haben wir hier nur eben Grafschaften. Das heißt, wir müssten dann wirklich eine Grafschaftstochter nehmen, dass wir überhaupt Verbündete hätten. Ja. Mehr Optionen haben wir in dem Fall nicht. Ich möchte mich trotzdem Deutschland weiter annähern. So, okay. Wir sind ein gutiger und frommer Herrscher und ermittelt uns die besten Grüße. Das heißt, er mag uns ein bisschen mehr. So, ansonsten, was haben wir noch für Möglichkeiten? Ja, wir haben nicht mehr Akku-Möglichkeiten. Wir brauchen Verbündete, um Krieg gegen unseren Lehnseher führen zu können und Unabhängigkeitskrieg zu erreichen. Das schaffen wir A mit Gold. Da sind wir gut dabei. Ich meine, das läppert sich langsam wieder zusammen. Wir haben derzeit keine Kriege. Uns geht es derzeit gut. Ist also soweit alles in Ordnung. Und wir brauchen Verbündete, die uns unterstützen im Kampf gegen unseren Lehnseherrn. Die Unabhängigkeit. Und, ja. Andere Verbündete sehe ich derzeit nicht. Das ist aber schön. Ich bin regelmäßig in Kontakt mit meinem Bruder Wilhelm. Das ist, glaubt, den, den wir verheiraten wollten. Und achte darauf, ihn zu besuchen, wann immer es mir möglich ist. Die Welt ist rau und die Familie muss zusammenhalten. Ja, das ist aber sehr schön. Ist er eigentlich jetzt inzwischen verheiratet, unser Bruder? Ja. Okay. Was soll ich dazu machen? Was soll ich dazu machen? Böse, wenn ich am Hof sein muss. Ähm. Was? Was? Da müssen wir Möchenhof von ihm haben, die Macht daran gesetzt, jede meiner Taten, jede meiner Worte in Verruf zu bringen. Ja, aber welcher? Ähm. Das ist auch nicht so schön. Okay. Leopold. Aber ich glaub, Bürgermeister von Leopold ist nicht so ganz interessant. Okay, ist unser Bruder. Ja, okay, Papst gestorben. Ist inzwischen auch verheiratet. Das passt soweit. Und wir mögen ihn auch. Er hat allerdings keinen offiziellen Rang in dem Sinne. Ich kann ihn allerdings auch nicht an unseren Hof einladen, oder? An den Hof einladen. Hm. Was hätte ich davon, wenn unser Bruder... Warum nicht? Er würde nicht kommen. Okay. Er würde nicht kommen. Schade. Na gut. Ähm. Ja, und das war, wie gesagt, so die Begründung, warum ich dann auf eine Herzogstochter gehen würde. Einfach, dass wir hier Verbündete finden, dass wir einigermaßen gute Chance hätten, den Unabhängigkeitskrieg dann auch zu gewinnen. Denn das würde dann schwer genug werden, glaubt mir. Das ist wieder eine, die als Treuose bekannt ist. Okay, das ist unser Höfling. Ähm... Okay, wir hatten schon eine Menge Kinder, eine Menge Geschwister. Eltern sind tot, Großeltern sind tot. Ähm, ja. Das sind halt unsere Höflinge. Ansonsten haben wir auch noch, weil wir gerade Höflinge sehen, eine Menge zu tun. Ähm, zwei. Ihr seht, wir haben hier eine Menge, die nicht ausgebildet werden. Doch werden sie alle... Guckt euch mal an, wie jung unser Hof ist. Wir haben hier... Boah... Zwo... Fanden das alle hier unsere Dynastie wieder? Zwo, vier, sieben, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einszwanzig, zweiundzwanzig, zweiundzwanzig, zweiundzwanzig... Minderjährige. Also fast die Hälfte unseres Hofstaats ist bis sechzehn, oder bis fünfzehn. Also verdammt, verdammt, jungen Hof haben wir, weil es nichts Schlechtes sein muss. Unsere Gattin ist ja immer noch schwanger, was mich tierisch freut. Ich hoffe, dass es ein Junge wird. Und, ja, dann schauen wir mal, wie wir denn das vorantreiben. Wie gesagt, ich habe da so die ein oder andere Idee im Kopf. Ich möchte guten Verbündeten suchen und möchte dann hier so nach und nach langsam in die Unabhängigkeit rauskommen oder reinkommen. So, Lensherr lebt immer noch. Der soll mal so langsam abkratzen. Klingt zwar hart, hat man schon mal vor zehn, 15 Folgen gehabt, ne. Da hat es sich ja auch bewahrheitet, dass dann sein Reich weiter zerfallen ist. Das wird jetzt genauso passieren. Muss so sein, kann uns nur in die Karten spielen. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Und das ist so jetzt das nächste, was ich mir vorgenommen habe, nachdem wir dann unsere Dynastie gesichert haben. Sollte es ein Sohn werden, wird er dann erstmal Anhalt bekommen. Ist ganz klar. Dann haben wir unsere Domänengröße wieder zwei von zwei, dann passt das. Wir werden ihn natürlich auch entsprechend ausbilden, dass er ein guter Verwalter wird. Denn er wird dann nicht nur Anhalt, er wird dann auch Weimar und Blauen wiederbekommen. Später mal. Und dann sollte er auch die Domänengröße halten können. Und dann werden wir entsprechend versuchen, Geld zusammenzukratzen, dass wir dann spätestens in ein, zwei Generationen... Ähm... Unser Höfling... König Stefan... Was will dann eigentlich... Und ich sehe gerade, wir haben eine Tochter bekommen. Schade. Was will dann eigentlich die Könige bei unseren Höflingen rum? Ah, wir haben eine Tochter bekommen. Eine Tochter. Hm. Ähm... Wie schreibt man Annabelle? Annabelle? So? Oder mit Doppel-N? Annabelle? Ich nenne es einfach Annabelle, ist egal. Ist ein schöner Name, finde ich. Ähm, auch wenn es leider Gottes eine Tochter ist, bin ich jetzt gerade ein bisschen enttäuscht. Aber gut. Na gut. Mit diesen... Mit diesen... Ähm... Einigermaßen guten Nachrichten verabschiede ich mich von dieser Folge. Wir müssen schauen, was wir dann mit Annabelle machen. Ähm... Ist Annabelle dann überhaupt... Ja, Annabelle kann ja noch nicht mal... Na gut, ähm... Ja, sei es drum. Müssen wir dann schauen, was wir mit Annabelle machen. Schade. Ist natürlich auch nicht erbschaftsberechtigt. Klar ist ja das Gesetz. Müssen wir schauen, dass vielleicht das nächste Kindensohn wird. Annabelle, müssen wir schauen, dass wir dann einigermaßen gutes Verlöbnis zustande bekommen. Jetzt habe ich den Satz auch rausgepresst. Äh, wird mit einer... Mit einem Bündnis relativ schwer. Vielleicht kriegt man es ja hin, dass wir in irgendein Königshaus einheiraten. Ich sehe gerade, dass unser König sich hier nach oben gearbeitet hat. Also nicht unser König, sondern das ist der König von Deutschland. Müssen wir auch mal schauen, was das gibt. Na gut, in dem Sinne, Freunde. Ähm, ist leider Gottes nur eine Tochter geworden. Werden wir mal schauen, dass wir unsere Annabelle im Schachbrett... ... und der Weltpolitik hier relativ gut einsetzen. Und dann noch ein Bündnis rausschlagen, was uns helfen tut. Ansonsten heißt es, weiter hoffen auf den Thronfolger. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns an dieser Stelle in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao. Ciao.